Wir sind die Borg. Deaktivieren sie ihre Schutzschilde. Und irgendwie funktioniert das nicht mehr. Seitdem wir versucht haben, diesen Ghul hier Enz zu assimilieren, ist aus dem Borg ein Volk voller Spieler, Trinker und möchtigeren Weiberhelden geworden. Aber eigentlich hat alles schon viel früher begonnen. Mit dieser Janeway und ihrem Raumschiff Voyager. Janeway hat unsere Königin betrogen. Sie hat sie hintergangen. Und das war unfair von Janeway. Und jetzt wollen diese Typen von Sci-Fi News TV der Serie Star Trek Voyager auch noch eine ganze Sendung widmen. Am 10. Oktober live ab 20 Uhr auf YouTube. Ist einfach gemein. Unsere arme Königin. Die Sendung mit dem klaren Regierungsauftragen. Sci-Fi News TV live. Am 10. Oktober ab 20 Uhr live bei YouTube. Mit dem großen Star Trek Voyager Special. Sci-Fi News TV. Как차 purs各位. Sci-Fi News TV. Im. ImpSoup. Sojube.